Blub, blub, Leute, willkommen zu Black & White 2, oder zurück zu Black & White 2. Ich habe alles nachgespielt, wir hatten gerade ziemliche Probleme mit der Aufnahme, aber jetzt sollte alles hoffentlich funktionieren. Es sind, glaube ich, sogar noch ein paar, sogar einer mehr da als vorher, wunderbar, obwohl die ganzen technischen Schwierigkeiten da waren. Willkommen, 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 genießen wir das. Ich habe nicht alles nachgespielt, wie ihr seht, diese Mission müssen wir jetzt nochmal machen. Ich bin schon ein Stück weit, aber noch nicht so weit. Und die haben aber schon am Sirenenwunder angefangen zu bauen. Und dieses Mal werden wir es auch um die Ohren geschlagen bekommen. Scheint das der Fanpatch? Ach nee, das ist das mit den Schafen, okay, das hatten wir am letzten Mal auch. Cool, 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 dann müssen wir den Quatsch nochmal machen, aber das können wir auch machen, wenn wir den Typen weggeklatscht haben. Schauen wir mal. Ich will jetzt vor allem sehen, ob das Wasserwunder noch buggt. Oh, wie ihr seht, werden wir auch ganz schön viel Nahrung hier verballern. Das ist etwas aus der Atmung, aber das ist cool. Unser Wolf ist besser trainiert. Er ist größer, wie ihr hoffentlich erkennen könnt. Er ist netter. Er grinst immer so. Das war lustig. Ich habe ihn ein paar Mal sehr verprügeln müssen, weil er ein Assi war. Leute gefressen oder so ein Scheiß. Das geht nicht. Aber dafür hat er zumindest nie in unser Lagerhaus gekackt. Das ist schon mal eine gute Sache. Das ist immer gut. Er hat, glaube ich, mal auf ein paar Leute geschickt gemacht, aber das ist, ja, das passiert halt, ne. Das ist ein bisschen Schwund und so. Wir hatten aber auch schon viel früher die Villen, wie ihr seht. Wir haben die jetzt schon seit einer Weile. Und ich habe die auch aggressiv gebaut. Die sind super cool und bringen sehr, sehr viel, ähm, Eindruck. Und wir lassen noch ein paar Leute ein. Super. Heute laden wir uns ein paar ein. Also, ich bin absolut mega gut. Meine Gesinnung war von Anfang an ziemlich hardcore gut. Die Gesinnung meiner Kreatur war auch schneller und, äh, weiter, also schneller und höher gut, als sie es im vorigen Durchlauf war, den wir gespielt haben. Gary, machst du den Ingame-Sound noch ein klein wenig leiser? Natürlich, wenn du das möchtest, gerne. Äh, es kann sein, dass ich es gar nicht kann. Moment, dann muss ich das über... Eine Sekunde über den Lautstärke-Mixer machen. Ich mache es mal auf 50%. Ah, wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe auch ein anderer... Ich habe Headset auf. Ähm, mein, mein, ähm, Dings. Ja, da ist der Sound ein bisschen anders. Okay. Sag mir bitte, ob es so besser ist oder schlechter. Der Sound. Okay, schauen wir mal, ob wir genug Mana haben für so einen Zauber. Ich will nämlich wissen, ob der funktioniert. Also, hören wir mal. Ah. How pleasant. Wie wunderschön. Wir können damit ganze Wälder... Und wieder zu laut. Okay, soviel dazu. Wir können damit ganze Wälder halt, äh, entstehen lassen, wenn wir wollen. Warum ist der wieder so am Rumbacken? Na, jetzt geht's gerade. Unsere Kreatur tanzt. Dancing, Wolf ist dancing. Und die Leute freuen sich. Er tanzt mit den Leuten. Und die Frauen finden's super. Der Kerl guckt hin, denkt sich so, what? Was macht er da mit seinen Hüften? Das ist meine Frau. Ja, ne mehr lange, Perl. Nicht mehr lange. So, ah, und seht ihr, hier sind kleine Sprösslinge entstanden. Wenn ich die jetzt weitergie... Oh, guck mal unsere Hand an, die sieht voll cool aus. Wenn ich die jetzt weitergießen würde, würden da auch ganz schnell Bäume draus werden. So, muss ich mal was zeigen. Das ist immer noch ein bisschen laut, aber generell besser. Viel besser, danke. Okay, super, Sapsi. Freut mich. Und seht ihr, wir haben zwei riesige Bäume. Und wir haben sogar noch mehr Sprösslinge. Und so kann man ganz schnell den ganzen Wald entstehen lassen. Göttlichem Wege. Willkommen, Matthias. Willkommen zurück. Yeah, ich krieg Eis. Was krieg ich für Eis? Ich will Eis. Ich hätte jetzt gerne Eis. Okay. Was haben wir denn für Probleme? Erstmal brauchen wir mehr Lager. Das ist okay. Mehr Lager ist immer ein gutes Problem. Mehr Lagerplatz zu brauchen. So, ich hoffe, wir werden nicht mehr, ähm, hiervon brauchen. Mehr, mehr Korn. Ich habe übrigens gemerkt, eigentlich braucht man gar nicht so viel Markt, glaube ich. Vor allem setzt der Markt ja die Zufriedenheit runter. Das habe ich letztes Mal voll falsch gemacht. Habe ich nie verstanden, anscheinend. Ähm, ich glaube, die drei Märkte reichen für alle hier. Ich glaube, jetzt werden wir so viele davon bauen müssen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, maybe, vielleicht ändern wir unsere Meinung nochmal. So, ein paar Häuser. Das Problem an denen hier ist, die brauchen Erz, wenn sie gebaut werden. Das sehen wir hier. 200 Erz, 800 Holz. Während die hier nur 320 Holz benötigen und mehr Platz sogar haben, meine ich. Acht Erwachsene und wie viele Kinder? Zwei Kinder. Und das sind acht Erwachsene und vier Kinder. Okay, hier sind mehr Kinder. Die können mehr Kinderplatz haben. Aber wir brauchen auch abartig viel mehr Ressourcen. Das wird schon passen. Wir sollten nur dafür sorgen, dass unsere Bevölkerung sich gut ausbreiten kann. Aber wir haben 158 Erwachsene von 128, die Platz haben. Das ist ein bisschen wenig, deswegen brauchen wir mehr Häuser. Wir haben kein Kind momentan. Was gut ist, wir hatten nämlich Kinder am Anfang. Mal gucken, wie das in Zukunft sein wird. Ich soll dich Gimli nennen jetzt, oder was? Okay. Und alle anderen wohl auch. Okay, gut, dann nennen wir dich wieder Gimli. Ich weiß nicht, warum du deinen Namen noch nicht geändert hast. Solltest du das nicht jeden Monat können, Gimli? Oder willst du den nur hier auf Twitch nicht ändern? Was ja auch okay wäre. Wundert mich halt nur. Ich habe diesmal sogar versucht, die hier zu erobern mit unseren Anfangsbogenschützen. Die hier direkt auf uns warteten. Aber dann verschwindet das Dorf genauso, als wenn sie es aufgeben. Denn das hier haben sie aufgegeben. Unsere Torhäuser. Ah, er erobert sich hier aber ein paar neue Dörfer. Oh, das ist jetzt kein schlechtes Dorf. Sehr, sehr viel Nahrung. Sehr, sehr viel Nahrung. Habe ich die Geisterhand schon? Ja, die habe ich. Okay. Das heißt, wir können diese Quest hier machen. Und ich glaube, sie war ja sogar gar nicht mehr unnütz. Oh, ich bin so froh, dass wir jetzt auch noch Black and White 2 spielen können. Ich habe so Bock drauf. Achso, du magst dich nicht mehr unbedingt auf Twitch. Okay. Und er denkt daran, der Bot kennt dich als Gimli noch. Da hast du wahrscheinlich jetzt mehr Cookies. Obwohl mittlerweile. Vielleicht hat es sich das auch schon umgewandelt. Ich will unbedingt hier hinkommen mit meinem Einfluss, damit ich helfen kann, die Tore zu bauen. Und wir in Sicherheit sind. Es gibt übrigens eine Aufgabe hier, die besagt, dass wir ein Mythenwunder bauen müssen. Da werde ich auf jeden Fall drauf hingehen. 100 Soldaten. Soldaten können aber von Sirenenwunder übernommen werden. Okay, wir sollen mehr Brüder bekehren. Wie viele? Achso, wir sollen einfach nur, okay, bestimmte Völkerung kommen. Vernichte alles und jeden. Das werde ich nicht machen. Genau, drei Städte gewaltsam einnehmen. Ich habe ja schon die eine hier gewaltsam eingenommen. Wenn ich noch zwei einnehmen würde, würden wir 15.000 Tribute bekommen. Das ist jetzt so viel. Kreatur soll sammeln, soll sie immer. Kreatur muss bei 30 Häusern helfen, das wird sie nicht tun. Schütze die Stadt mit Mauern. Das wird noch passieren. Das Ansehen erhöhen könnte auch noch passieren. Und drei Gebiete verbinden. Dafür müssen wir auf jeden Fall drei Sachen erobern und diese Gebiete dann verbinden. Das heißt, wenn wir das hier noch erobern würden und das noch erobern würden, dass wir dann ein riesiges Gebiet daraus machen würden. Dann hätten wir auch das hier und das würde uns nochmal... Ja, 5.000 Tribute. Das ist ganz ehrlich nicht wert. Was ich aber auf jeden Fall noch haben will, ist das mit dem Mythenwunder. Denn ich habe Tribut gespart, Leute. Wir waren sehr effizient, was Tribut angeht. Ich brauche nur 30.000 Tribut. Und wir können das Mythenwunder freischalten und bauen. Und da er ein bisschen assi ist, unser werter Gegner, auch wenn er nicht sehr aggressiv ist, anders als der nächste Bruder sein wird, der nächste Japaner, dann können wir uns eigentlich darauf konzentrieren, das Mythenwunder zu errichten und dass ich euch das zeigen kann. Ich meine, wir werden es wahrscheinlich eh zu spüren bekommen, aber... Naja. Moment, ein bisschen mehr Brüter. Immer eine gute Sache. Ja, sehr gut. Direkt die nächste geschwängert. Wunderbar. Nee, du auch. Und... Nein, du nicht. Frauen als Brüter bringen nix. Frauen müssen arbeiten. Da, bitte. Wir sind sehr progressiv hier. Wir lassen die Frauen arbeiten. Ja, ich habe nicht gesagt, welche Richtung progressiv. Okay, da war einer, der war ein bisschen krank. Zwei sogar. Äh, übrigens auch eine super Methode, die Gegner ankommen zu lassen, die eigenen Leute hier, äh, die Metzeln zu lassen und dabei permanent Heilzauber auf die zu spammen. Damit hat man echt die geringsten Verluste. Ist voll gut. Um die Kreatur müssen wir uns gerade nicht so sehr kümmern. Oh, ihr wollt schon wieder eine neue Kinderkrippe haben? Ihr habt doch hier eine, da ist doch niemand drin. Ihr habt Platz für 20 Kinder, Leute. Wie soll's, wie soll's hier gehen? Okay, ich hab 14. Oh, damn. Na, vielleicht brauchen wir wirklich eine. Das Gute ist, Kinderkrippen erhöhen die Fruchtbarkeit. Das heißt, äh, in ihrer Umgebung. Das heißt, äh, die Leute werden schneller Kinder bekommen. Und das ist genau das, was wir wollen at the moment. Ach, ich hab so Bock hier drauf. Na her, du gehst da hin. Wir brauchen noch ein paar Häuschen. Wir haben eigentlich überhaupt gar kein Erz. Es ist sehr dumm, diese Art von Häuser zu bauen. Dennoch werde ich's, werde ich's machen. Denn irgendwo werden sie sich schon Erz hernehmen. Die Mine dürfte schon leer sein, ne? Ja, ein bisschen ist noch da. Ein bisschen Erz haben wir noch. Wir haben auch noch ein bisschen auf Lager. Also ich kann's auch nutzen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich so schnell neue Leute, ähm, rekrutieren werde. Aber wir sind erstmal mauertechnisch safe. Auch wenn die Mauern nicht gebaut sind. Hier kommen schon die nächsten Leute. Die haben wir schon. Die hier werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Na, 4000 Eindruck. Maybe. Ganz bestimmt mit dem Sirenenwunder. Das dumme ist, wenn er's jetzt... Ja, er hat's fertig. Das heißt, er wird jetzt bald anfangen. Hätten wir den Krieg längst beendet. Das wird eklig. Aber das werden wir uns gleich anschauen. Erstmal machen wir die Quest nochmal. Hallo, sorry, 1988. Sehr gut. Willkommen. Schade, dass Lionhead aufgelöst wurde. Ja, das stimmt. Ich würde mir in Black and White 3 wünschen. Ganz ehrlich. Das wäre super. Wenn sie's gut machen. Wenn sie wirklich viel reinstecken. An Arbeit. Weil es gibt eine Menge hier dran zu verbessern. Immer noch. Konzentrier dich, Junge. Aber wenn sie das machen würden und könnten... Damn. Oder irgendjemand. Ist ja ganz egal, wer. Leider hat EA wahrscheinlich die Rechte behalten. Ich mein, Universal ist ein guter Ansatz. Aber mir fehlt die Kreatur. Die ganzen Spinnen auf dem Boden. Wir haben die größten Säckenplage... Ever. Ihr solltet ihm helfen und die Blöcke zerstören, Meister. Da bin ich ausnahmsweise deiner Meinung. Zerstören ist immer gut, Boss. Vielleicht sollte ich die Lautstärke noch ein bisschen hoch treiben. Oder könnt ihr die... Könnt ihr die gut hören? Das ist richtig. Und Hacking kaputt. Du Idiot, das ist zu lang gebraucht. Du blöder Affe. Du musst härter trainieren, um die Macht des Chi zu bündeln. Wenn du bereit bist... Ich muss nur besser... Herumwurschteln hier. Was hat der für eine Stimme? Ja, jetzt. Okay. Haben wir? Nächster. Nächster Block. Das muss alles in a row passieren. Wenn das nicht funktioniert, habe ich ein Problem. Komm schon. Noch einer weg. Jawohl. Sehr gut. Nächster. Ja, natürlich war 1 und 2 schon gut. Die waren mega geil. Ich wünschte halt nur mehr sowas würde kommen. Also... Aber ich fand ja auch Populous 3 The Beginning ziemlich gut. Also das war eins der geilsten God Games ever. ...wird die Nahrungsproduktion beschleunigen. Ich höre nur das Teufelchen. Wieder wählt eine Stadt den ehrenvollen Weg der japanischen Erkenntnis. Egal, da wir die Quest jetzt hier fertig haben, dürfen wir die 30.000 Tribut haben. Und dann stelle ich die Lautstärke noch ein klein bisschen hoch. Ich habe es jetzt sehr radikal runtergesetzt. Du hast die Prüfung bestanden, Novize. Yay! Hat er nicht. Er hat betrogen. Eigentlich gar nicht. Ich habe geholfen, dass jemand cheatet. Aber wir haben genug für unser Mythenwunder, das uns in der nächsten Zeit sehr hilfreich sein könnte. Das wird uns vor allem beim nächsten Bruder sehr hilfreich sein. Das Sirenenwunder. Das erste Wunder und das beste meiner Meinung nach. Die anderen sind alles Schrott. Oh, wir haben noch 65.000? Wir sollten auch immer so viel. Hat das keine 400.000 gerade gekostet? Ho. Sehr strange. Ich nehme noch den Brunnen dazu. Den Rest speichere ich erst mal auf. Okay. So, Mythenwunder. Ja, packt das Ding mal hier hin. Ja, pack's da hin. Ist okay. So, baut es. Es wird unsere gesamten Erzvorräte locker fressen. Ja, 4.000 Erz. Das wird Spaß. Das wird viel Spaß sein. Ich baue das Ding jetzt direkt mit Holz. Ist schon mal so weit, wie es geht. Und für Erz. Ich weiß nicht, ob wir genug auf Lager haben. Das hast du gut gemacht, Kreatur. Du warst voll super. Oh, wir haben genug Erz. Sehr cool. Dann nehmen wir direkt alles Erz. Und dann sollen die beten, was das Zeug hält. Ich könnte es heute Kreatur bauen lassen, aber warum? Ja, die können auf 5 Minuten warten. Die sind übrigens über den ungeschützten Bergpass gekommen. Das ist Mythenwunder. Da haben wir unsere 100.000 Tribut wieder. Danke. Kommt mit. Sehr schön. Have fun. Manchmal packt es rum. Und wenn man das in seine Grenzen packt, kann das auch ultra böse sein, weil sie denken, sie sind abgelehnt worden. Das ist da beknackt. Aber wartet mal. Ihr seid willige Sklaven, habe ich gehört. Ihr werdet jetzt tanzen, bis eure Füße bluten. Denn. Aber wie die Seuche. So. Ihr habt die Nahrung. Esst nicht zu viel. Esst nicht alles auf einmal. Alles, was ihr bekommt. Die Kreatur hat Holz gesammelt. Sehr schön. Sehr schön, wenn sie auch ein bisschen mehr Nahrung sammeln würde. Okay. Ich glaube, die haben da hinten... Ja, und guck mal. Die haben schon ein paar Leute wieder bekehrt. Die kleinen Schweinebärchens. Aber mit dem Mythenwunder müssten wir die hier nicht bekehrt haben. Oh. Das sind wohl die. Ja. Sekio. Scheiße. Ah, das sind nur 20 Leute. Das ist nicht so wild. Aber... Das wäre halt schon schön gewesen. Wir können das Dorf erobern und hier die Mauer zumachen. Das ist ein sehr einfach zu verteidigender Engpass. Ich will irgendwann meine Soldaten dahin verlieren. Hier können wir jetzt zumindest easy dicht machen. Warum kann ich endlich den Weg richtig setzen? Ich bin schon die ganze Zeit angefuchst. So. Das Dumme ist, das hier ist eh nicht safe, was wir hier haben. Denn es gibt den Bergpassen. Da kann jeder drüber, wie er Bock hat. Das Interessante ist, hier gibt es auch eine Menge Erz. Ich mache mal ein bisschen lauter, die läuft. Das hier will ich nicht. Ich will den Mixer. Das Problem ist halt, dass das hier jetzt über mein Headset läuft. Und da bin ich nicht so versiert mit dem Abmischen bisher. Ich mache mal auf 70% anstatt 50. 20% mehr Lautstärke. Das Game. So. Zwischendurch unbedingt mal... Bäm. Speichern. So. Okay. Hoffentlich behebt der Fanpatch auch ein paar wichtige Dinge. Wir werden auf jeden Fall eine schöne Bevölkerungsexplosion haben. Dummerweise können wir eh niemanden mehr bekehren, außer das Hauptdorf. Wir haben gerade echt einiges mehr an Leuten. Wir brauchen 14.000 Eindruck. Und seht ihr, die Penner tanzen da schon. Das sind eine Menge Leute. Ich werde mal einige von uns abzwacken, um das zu tun. Damit ich seine Armeen ausschalten kann. Ja. Was auch immer. Das war ein Tribut. Sehr schön. Danke. Wir machen jetzt hier Safety Dance. Denn das ist der Tanz, der uns das Leben retten wird. Bekehrter Gläubiger. Da waren ein paar Kinder dabei. Bekehrter Gläubiger. Immer wenn nicht da Gläubiger oder sowas beisteht, dann ist es ein Kind oder... Ja, wohl eigentlich ist es ein Kind. Bekehrter Gläubiger. Ja, seht ihr, die Brüter sammeln sich hier, weil da kann man direkt mal schön ein bisschen was abgreifen. Super. Seht ihr, das Aufladen geht super langsam. Man solltet nicht mit den Menschen spielen, die Menschen sollen Mana produzieren. Oh, es sind viel zu wenige Leute, die dort, die dort, äh... Viel zu wenige Leute, die dort tanzen. Ja, aber es geht. Das Aufladen geht zumindest voran. Wir müssten genügend Leute haben, dass ich noch ein paar abzwacken kann davon. Ja, zu jung. Bekehrter Gläubiger. Für die Kinder sind leider zu jung. Bekehrter Gläubiger. Wahrscheinlich, wenn man sich zu Brütern machen kann. Die Weiber tanzen erotisch vor dem Wunder und die Männer greifen sich die, die sie richtig horny machen. Ja, so sieht es aus. Wir brauchen Bevölkerung. Das muss so sein. Das ist genau richtig. Also wir tanzen hier auch Männer. Also die Männer können sich auch gerne Männer greifen. Ist mir wurscht. Hauptsache wir kriegen mehr Kinder. Ich bin ganz egal, wer das anstellt. Ich bin ein Gott. Ich muss nicht wissen, wie er funktioniert. Das hier ist nicht so cool. Wir brauchen ein paar Baumeister. Ich meine, hilft nicht wirklich, wenn ich alle Erwachsenen, äh, zum erotischen Tanz abstelle. Bekehrter Baumeister. Du auch noch. Bekehrter Baumeister. Na, ich will den Typen hier. Oder den Buller. Bekehrter Bauer. Du bist ein Bauer. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, die Leute zu greifen. Fand ich ihn immer noch so geil. Bekehrter Bauer. Nun haben ihre Toten einen Ort, an dem sie in Frieden ruhen können. Ah, sehr gut. Hat Quakt funktioniert mit dem Baumeister-Gedöns hier. Sehr schön. Bekehrter Gläubiger. Nein, nicht Brüter. Was hast du dir so gedacht, Brüter? Du wirst tanzen. Tanz, bis die Füße bluten. Ich brauche noch ein bisschen Erz. Denn ich will ganz schnell die Tore bauen, wenn es geht. Weil mir das noch ein bisschen Tribut bringt. Im Grunde könnten wir das Land schon beenden, wahrscheinlich. Aber ich würde euch gerne das Wunder zeigen. Da ist es. Es gibt hier nur einen Spot, wo man wirklich die Tore aufbauen kann. Das ist hier am Ende. Da. Da ist es. Seht es? Wenn es geheiligt wird. Bisschen doof gemacht. Aber ist halt so. Und der virtuelle Einfluss macht auch die Dinge nicht wirklich einfacher, um ehrlich zu sein. Passt schon. So, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir dort näher hinkommen? So. Mit dem Einfluss. Mit dem Tempel habe ich das natürlich schon ein bisschen in die Richtung gepackt. Aber nicht weit. Wir machen ein paar Häuser hier hin. Die hier sind natürlich am schönsten. Das Dumme ist halt, dass ich wirklich nicht mehr viel Erz habe. Und, ähm. Dass das ganz schnell ein Problem werden kann, wenn man kein Erz hat. Hat mal die ganze Zeit diese halb aufgebauten Buden da rumstehen, die niemandem was bringen. Weil sie nämlich keine Leute mit einem Dach über den Kopf versorgen. Und. Hier wird es auch wieder Zeit, eine Kinderkrippe zu bauen. Und, äh, wir gehen. Will er daneben, will er daneben. Kleine Faust zum Glück stopfen. Passt schon. So. Ich die jetzt noch verbinden könnte. Kann ich das einfach so? Nein. Kann ich nicht außerhalb meines Bereichs. Das ist so doof. Muss ich immer erst warten, bis der Bereich erweitert wurde. Magst du was? Na. Wir sind progressiv und so. Bola. Ja. Baumeisterin. Baumeisterin. Go. Bekehrter Baumeister. Type. Bekehrter Brüter. Brüten. Wir müssen noch mehr brüten. Bekehrter Brüter. Schon gehört, dass wir brüten müssen. Wir müssen brüten. Bekehrter Baumeister. Brütet, bis es blutet. Mit dem Brunnen verbessern wir, meine ich, ein bisschen die Lage. Leider nicht so geil. Und das Dumme ist, er braucht Erz. Ne. Sobald der Japaner labert, übertönt er dich. Wirklich. Das ist immer noch so. Und ich kann nicht sehen, was er Neues schreibt. So, jetzt wieder. Und im Grunde hat er das hochgescrollt. Frag mich nicht, warum. Übertönt er mich immer noch? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist ein bisschen angenehmer. Von der Lautstärke her, Leute. Schreibt mir das bitte unbedingt. Mir hat es auch ganz schön geholfen. Die Frage ist, können wir hier was Sinnvolles hinpacken? Eigentlich ein Tempel. Und ein Tempel braucht auch so viel Erz. Weil damit hätten wir zumindest mehr Möglichkeiten, uns auszubreiten. Und es würde wieder sehr viel Prestige springen. Du Bäumchen. Gehst mal hier oben hin. Du Bäumchen. Auch. Schön ist, wir kommen schon den Berg hoch. Das heißt... Nein, ich will euch nicht alle töten. Das heißt, nicht nur kann ich die Bäume hier mal ein bisschen durch die Gegend schubsen. Und ein paar neue anpflanzen. Was super gut ist. Weil ich glaube, Tannenbäume sind besser. Die besseren Bäume als die komischen japanischen hier. Hier kann ich keinen Baum hinsetzen. Wegen dieser blöden Quest, ne? Bisschen doof, aber mussten sie wahrscheinlich machen. Oh, guck mal hier die wunderschönen Tannen. Awesome. Ja, hier passt. Pack da drauf. Hätte ich auch selber bauen können, das Ding, aber... Ich könnte hier einen neuen Tempel hinsetzen. Sondern... Passt der noch? Ne, viel zu wenig Platz. Der neue Tempel müsste echt hier in die Richtung... Hier vielleicht. Das ginge. Und würde vielen noch mehr Freude bringen. Jawohl, pack den Tempel dahin. Dann haben wir zumindest auch in Richtung unserer Erzmine. Wenn ich hier die beiden schnappen kann, kommen die auf den Tempel. Ja, sehr gut. Da. Das reicht für den Tempel. Tempel braucht nicht so viel. Na, 1.500, das ist eine Menge. Warum muss bei Gary alles bluten? Ich will nicht wissen, was Melia das durchmachen muss. Was? Ja, Sabsi, du meinst auch Tannen bringen mehr Holz. Siehst du? Vor allem, weil die größer wachsen, ne? Das ist komische kleine Wurstelgewächs da. Ich finde die total schlimm, die Bäume. So eine coole Tanne. Was los, Schatz? Cookie. Yay. Ich habe eine Trost-Cookie bekommen. Werde ich gleich nebenbei mitgenommen. So, die Brunnen sollten wir dennoch mal ein bisschen verteilen drin. Mir fällt nichts ein, was hier... Oh, ich habe Gesten freigeschaltet, by the way. Auch wenn noch keine einzige funktioniert. Wow, das ist das erste Mal, dass eine funktioniert hat, Leute. Seit ich mir Gesten gekauft habe. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich ein W auf dem Boden mache, mir ein Wasserwunder in die Hand holen. Oder was war Heilung? Heilung war... Oh Gott, Heilung ist scheiße. Das kann ich nicht. Mal gucken, ob ihr erratet, was ich versuche, gestisch zu zeichnen. Ich bin super schlecht mit der Maus, ne? Aber ich bin auch so super schlecht zum Zeichnen. Meli hätte da weniger Probleme mit. Oh, guck mal, unser... Ah, seht ihr, was ist? Heilung, ich habe ein Herz gemacht. Unser Wolf wird langsam rosa. Finde ich nicht so cool, er hätte wegen mir einfach hellblau werden können oder sowas. Das wäre okay. Oder das wurde früher in Black and White 1, meine ich. Hm. Aber er hätte nicht unbedingt rosa werden müssen, wenn er gut ist. Er würde auch nicht ewig gut bleiben, weil in den nächsten zwei, drei Missionen werden wir ihn ultra schinden müssen. Und dafür sorgen müssen, dass er jeder Armee zerstampft, die ihm zu nahe kommt. Damit ich mich nicht korrumpieren muss. Sehr gut, Sapsi wusste es noch. Äh, der Kringel war aber, glaube ich, für die... Oh, wir haben eine Stadt mit 300 Einwohnern. Wow. Der Kringel war... Wieso bist du unglücklich? So, werde ich mal ein bisschen glücklich. Neee. Oh, da, die Klöten gefasst. Geht nicht mehr. Äh... Ja, Klöten findest du nicht so geil. Das war schon immer so. Das fand ich immer schon lustig. Ich weiß auch nicht. Warum kommt man auf die Idee, ne? Hier im Arm fährt die Klöten zu fassen. Aber man macht es einfach trotzdem. Was ist da noch einer dazwischen? Hier sind die High Dancer, die... Planning betreiben. Ja, okay. Das finde ich ja noch nicht so geil. Das Vorstreng. Habt ihr eben Pech. So, wie weit ist unser Sirenenwunder? Uh, gar nicht mal schlecht. Wir haben 40 Leute. Hat er mehr? Nee, hat weniger, glaube ich. Diese Griechen haben uns nichts getan. Doch die Azteken befehlen uns, sie zu bekämpfen. Hm. Ich meine, ihr seht ja, er hatte genug Armeen, um uns anzugreifen. Aber er macht es nicht. Oh, vor allem kann ich das hier jetzt aufbauen. Das mache ich jetzt schnell. So, dann kann ich nämlich meine Bogenschützen hier auf die Mauern setzen. Sonst sind die auch mal beschäftigt. Was nie so gut funktioniert hat, wie ich gefunden habe. Das hätte man schöner machen können. Weil theoretisch muss ich hier welche draufsetzen und hier. Aber, aber wurscht. So, wir sind auf jeden Fall geschützt. Wir haben Mauern. Damit dürfte auch der Tribut da sein. Wir haben 200.000 Tribut übrig. Obwohl wir 400.000 eigentlich weggehauen haben. Fruchtbarkeitsstatue wäre gut. Eine Wiese wäre gut. Kostet nicht viel, nehmen wir. Statue nehmen wir. Das Haus will ich eigentlich nicht haben. Ja. Ne, das Haus. Ich glaube, die Hütte kann zu einem Slum verkommen, oder? Nicht zur Verschönerung der Stadt beiträgt. Zu viele Hütten nebeneinander verkommen zu einem Slum. Dass wir wohnunglücklich sind. Ja, das ist nicht so geil. Ein Haus für deine Bürger. Jeder Mensch braucht ein Dach über den Kopf, damit die Bevölkerung wächst, wenn es genug Häuser gibt. Eindruck 10. Auf jeden Fall nicht geil. Ihr seht, wir haben keinen Kornspeicher mehr, was ich vorher freigeschaltet hatte. Wir haben keine Taverne. Die Taverne könnten wir noch mitnehmen. Im Namensbrunnen ist mir gerade mal relativ egal. Eine Waffenkammer für Fernkampf werden wir auf jeden Fall bald brauchen. Und ein Altersheim auch. Das nehmen wir auch noch mit. Dann bauen wir das mal. Ich denke mal, sie werden das wollen. Oh, du willst mehr Felder? Really? Okay, dann machen wir hier noch ein Feld hin. Ich hoffe, das reicht dir. Game. Wir können beim Markt halt Felder hinpacken. Bam. Reicht, mehr brauchen wir nicht. Die wollen echt einfach... Ja gut, sie haben keine Nahrung, ist das Problem. Die sollten einfach mal die Felder abernten, die Vollidioten. Manchmal sind sie so ein bisschen selbstmörderisch, ne? Einfach so... Ja, wir brauchen Nahrung. Das Feld steht in voller Blüte. Was willst du noch? Ja, wir brauchen trotzdem Nahrung. Das wäre toll. So dumm wenn du mal aufs Feld gehen würdest und die reiche Ernte einholen... Dann wäre alles gegessen. Was mir hier ein bisschen fehlt in dem Game ist Terraforming. Ich hätte gerne die Möglichkeit, das hier zu glätten, damit ich hier ein Altersheim hinstellen kann. Oh, wir können ein Altersheim hier hinpacken. Ja, das ist doch super. Die Alten müssen geirrt werden. Nur durch das Ding. Leben. Wenn ich das schon wieder höre, ne? Dann habe ich das Gefühl, hier muss ein Heilungswunder draufgeschmissen werden. Ja. Das kann eben sein, dass die keine Nahrung haben. Weil Gläubige sind so ein bisschen komisch. Die rennen nämlich gerne so gerne im Kreis rum und tanzen sich ein, bis sie tot umfallen. Das kann sehr schnell passieren. Haben wir schon Tote? Noch nicht. Das wäre nämlich der Beweis. Obwohl, ich meine, wir haben 300 Leute, ne? Das ist im Grunde schon der Beweis. Das ist erbracht. Wir haben 65 Kinder. Ähm. Wir haben nur 290 Leute. Warum sagst du denn, wir haben 300 Leute geschafft? Guten Hunger, Sabsi. Bis gleich. Und ja, ich esse auch was im Stream. Ist mir egal. Ich würde mich gerne in der Weiser bringen, dass die Kinder doch diesmal erwachsen werden. Aber damit wir sicher sind für das weitere Game. Weil das werden wir echt brauchen. Ähm. Wenn du verhungerst, warum bist du so doof und holst dir nichts zu essen? Hol. Oh Gott. Bist du so dämlich und hast dich gerade eingesperrt? Hast du blödes Vieh dich gerade echt eingesperrt? Ja, das hat sich eingesperrt. Ja, und was soll ich jetzt machen? Ich kann dich nicht anheben, du doofes Vieh. Ich meine, wenn es verhungert. Ja, wenn es verhungert, dann löst es sich eh auf und ist wieder draußen. Oder ich demoliere ein Haus, was mich ultra viel Ressourcen kostet. Weil du blödes Vieh zu doof bist, um dich nicht einzusperren selbst. Too dumb to live, right? Ja, das bist du. Ich weiß gar nicht, wie wir ihn letztes Mal genannt haben, Leute. Ist. Wehe, du machst da hin. Geh, mach Häufchen. Ich müsste übrigens auch mit einem R das wiederholen können, was ich zuletzt hatte. Ah, Wasser anscheinend. Nee, Leben. Genau, ernte mal die Felder ab. Das ist eine gute Idee. Wir haben eh zu wenig Nahrung, weil wir jetzt ziemlich viele Soldaten unterhalten müssen. Und mittlerweile ein ziemlich großes Volk haben. Oh Gott, ich hasse das Weh, ne? Ich kann dieses Weh nicht machen. Ich bin einfach zu schlecht. Macht das scheiß weh. Und dummerweise ist das hier ein anderer Zauber. Weh. Deswegen hat es mich überrascht, dass ich es eben auf einen Schlag gemacht habe. Weh. Weh. Jetzt muss ich mich outen, dass ich ziemlich scheiße schreibe. Ziemlich beschissene Schrift. Die Kreatur hat leider auch noch keine Zauber. Sonst könnte sie das auch. Die wird sie bald mal haben. Das Problem ist, dass ihre Zauber sehr teuer sind. Und sowas wie dieses Wunder. Hätte ich mir nicht leisten können, hätte ich mir sowas geholt. Und ich wollte halt, dass meine... Also, dass ich das einsetzen kann. A, gegen ihn. Hoffentlich bevor ich es gegen mich einsetze. Ich bin bei der Hälfte mit 43 Gläubigen. Ja, da waren wir noch ein paar Länge. Was hast du da getan? Komisch, Vieh. Hast du wen gegrüßt? Oh, sie wollen eine Taverne. Die Taverne am Eingang des Ortes. Das ist eigentlich cool. Leider zu groß. Oder auch nicht. Ja, mach's weg. Hallo? Would you kindly... Er will nicht. Er will es nicht wegmachen. Ach nein, nicht, weil es vom System vorgegeben war, ne? Das Menü sollten sie echt verbessern. Also, wenn es einen dritten Teil gibt, will ich ein Rechtsklick-Menü haben. Weil das hier ist ja der absolute Schund. Taverne bei den Kindern. Die Kinder freuen sich. Hm. Das ist nur ein bisschen bedenklich, oder? Vielleicht auch ein bisschen mehr. Hier ist eine Taverne möglich. Somewhere. Ich hab's gesehen. Hier auch, oder? Hier auch. Ja. Gimme. Ha! Ja, oder sie werden mich für immer hassen, weil ich sie dem Alkohol... äh... ...anheim gebe. Vor allem die, die am Stadttor wohnen, werden mich ein bisschen hassen. Hm. Erst los. Sobald sie merken, was es heißt, am Stadttor zu wohnen, wenn die Stadt belagert wird. Then you're dead. So. Machen wir zumindest noch ein paar Häuser. Was nicht so klug ist, denn wir brauchen jetzt schon mehr Felder. Vielleicht kann ich noch ein paar machen. Und wo bin ich denn sonst euer Gott, ne? So. Und hier noch ein bisschen was an Fruchtbarkeit zu geben. Ja, ihr müsst jetzt leider in Feldern wohnen. Ist mir wurscht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Hier ist super fruchtbar. I like. Und hier auch. Okay, Kinders. Ich sag euch, der Job Nummer eins. Bauer. Bekehrter Bauer. 99% von euch werden Bauern. Und wenn ihr nicht wollt, dann kommt der auf die Schlachtbank. Auch genannt den Opfer. Bekehrter Bauer. Ich könnte jederzeit einen Opfer, ne? Das Dumme ist nur, dass mich das ultra fucking böse macht. Jedemal. Außerdem brauche ich es nicht, weil ich habe so viel Mana. Das ist schon immer schön, wie viel Mana ich habe. Habe ich eine Kapazitätsgrenze? Ich glaube schon. Respekt vor den Alten und Schwachen ist ein Zeichen von Stärke. Wir haben noch keine Alten. Wir haben keine Toten. Aber die Stadt wächst. Also die Kinder werden definitiv erwachsen. Wir haben gerade keine mehr. Kreatur sammelt Nahrung. Okay. Erz sammeln wird schwierig. Gehen wir Erz sammeln. Vorher. Ab und zu schaue ich mir ihre Gebäude an. Yes. Super. Dann freust du dich jetzt auch, weil ich die gestreichelt habe. Sehr gut. Was dumm ist, wir haben so viele, ähm. So viele Soldaten und dazu so viel Bevölkerung, dass wir echt nicht mehr hinterherkommen und von Nahrung zu produzieren. Und das ist wirklich uncool. Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. Es gibt zum Glück nicht so viele Berufe. Aber auch da würde ich mir eigentlich ein bisschen mehr Komplexität wünschen. So, die Statue ist dummerweise völlig aus Erz, aber... Hey, ihr wollt mehr Kinder? Macht mehr Kinder. Have fun. An die Kinderkrippe sowas zu setzen, plus die Taverne, ist natürlich schon ein bisschen fahrlässig, ne? Ich meine... Erst werden sie besoffen. Dann sehen sie die vollbrüstige, schwangere Frau und denken sich, moin, erstmal loslegen. Und ja, so passiert das. Früher musste man, glaube ich, sogar in die Kinderkrippen Nahrung legen, weil sonst die Kinder abgekratzt sind. Erinnere ich mich da richtig an Black and White 1? Bekehrter Bauer. So, ich muss ein paar mehr Bauern. Uh. Ne, ich glaube, ich mache erstmal keinen Brüter mehr. Haben wir noch ein bisschen Eisenerz? Bekehrter Minenarbeiter. Ein paar Minenarbeiter zu kreieren? Nein. Wäre natürlich eine coole Sache. Denn die wandern auch ein ganzes Stück weit, um ihren Mist zu bekommen. Haben wir ein paar Bauern mit dazu geholt, aber das ist wurscht. Bekehrter Minenarbeiter. Nicht Brüter. Bekehrter Minenarbeiter. Bekehrter Minenarbeiter. Ja, haben wir auch ein paar Brüter dabei. Ist auch okay. Bekehrter Minenarbeiter. Du wirst Minenarbeiter. Bekehrter Minenarbeiter. Man kann hier wirklich richtig Großstädte raushauen, mit tausend Leuten drin, was, äh... Bekehrter Brüter. Ja, das wollte ich Brüter machen. Was für diese, ähm... Bekehrter Minenarbeiter. Diesen Technologiestandard hier. Schon ziemlich hardcore ist, meiner Meinung nach. Tausend Leute. Kann ich direkt hier absetzen? Warum mache ich das denn nicht? Bekehrter Minenarbeiter. Was ist los mit dir? Hast du irgendwie Probleme? Hm. Ich weiß nicht, was du mit dem Dorfbewohner willst. Ach so, du nutzt ihn als Handeln. Ja, das habe ich ihm gelassen. Was ich mir gedacht habe, ist einfach hilarious, wenn er einfach so eine Person hochnimmt und mit der, ähm, trainiert. Yeah, get buffed. Das ist so geil. Hm, jetzt bin ich wieder im Training. Ähm. Oh, der tötet die dabei? Du hast sie zerquetscht. Okay, sowas geht nicht. Ich dachte nicht, dass er die dabei killt. Du unterhältst sie. Nein, nicht mehr zum Gewicht heben. Missbrauchen, mein Freund. Alkohol benebelt die Sinne aller Warnmeister und Strategien. So steht er. Bei sterben ist das nicht cool. Ja, jetzt musst du leider ein bisschen leiden, mein Freund. So ist das. Ich glaube, ich kann ja nicht mehr wiederbeleben, ne? Not really. Komm, gib mir nochmal. Ha. Yeah, das R kriege ich mittlerweile hin. Sehr schön. Gib mir mal ein bisschen das Mana raus hier. Ja, wenn die nämlich schon wieder so Leben rumstöhnen, dann heißt das, dass die nicht mehr lange leben. Und das Beste ist, wenn man das nicht so rumschmeißt, das Leben, sondern wenn man, also die Heilung, sondern wenn man sie nutzt wie die, wie das Wasser und so langsam auf die Leute träufelt. Wenn man das nämlich bei einer Armee macht, dann haben die halt einen permanenten Lebensstrom. Ah, hier ist ein Toter begraben jetzt. Na gut, Leute können sterben, ist schon mal etwas. Haben die so einen permanenten Lebensstrom und können dadurch fast nicht beschädigt werden. Ich, irgendwie, wird der Chat nicht mehr auto-gescrollt. Sorry, Leute, ich sehe gerade eure Nachrichten nicht. Okay, kam eh keine. Ich verstehe nicht, warum ihr mich dauernd wieder hochscrollt. Sieben Leute schauen zu, okay. Nur mal ein paar. So, kann ich euch mal hier abknapsen. Wir brauchen näher Gläubiger. Denn ich würde ungern angreifen. Hast du dich jetzt wieder eingekriegt, du blödes Vieh? Sehr gut. Du verhungerst, dann geh dir was zu essen holen. Ja, ernte das Feld ab und isst dabei was. Sehr gut, wir haben sogar Brunnen jetzt mittlerweile, ist cool. Sie wollen Wiesen. Wiesen. Da haben wir eine Wiese. Ich glaube, auf Wiesen können sie wirklich auch Schafe und so ein Viehzeug züchten. Oder beziehungsweise kommen die da automatisch hin. Ich verstehe mir noch nicht, warum dieses Leben die ganze Zeit ist. Warum sie das chanten. Oh Gott, die haben echt ein Nahrungsbedürfnis. Ich hatte immer gedacht, dass es dann heißt, sie brauchen mehr und also brauchen mehr Gesundheit. I don't know. Vielleicht irre ich mich da. Wenn jemand mehr davon weiß, sagt es mir bitte. Oder auch eure Vermutungen. Welche Nachrichten? Es kam keine, aber ich hatte gedacht, es wären Nachrichten da. Denn das Ding, bei mir ist der Chat wieder hochgescrollt, was ich euch eben gezeigt hatte. Gut, da warst du nicht da. Wie das jetzt bei OBS aussieht. Oh, wir haben eine Taverne. Soweit ich weiß, kann die Kreatur auch daraus saufen. Also die kann sich auch benebeln damit. Komm mal mit. Creature. Genau, trinke. Yay. Die kann sich jetzt mal richtig schönen Schnaps gönnen. Ich glaube, die hängt sich da oben rein und säuft da einfach irgendwie aus was auch immer. Vielleicht hängt ich nur aus der Fontäne. Vier Gäste. Vielleicht soll ich noch eine bauen. Auf der anderen Seite der Stadt. Erstmal gucken, wie die Kreatur trinkt. Okay. Sie hängt sich rein anscheinend. Es steht nur ein bisschen doof, das Gebäude. Äh, what are you doing? Okay. Das ist, sie unterhält Leute oder sie ist einfach nur stockbesoffen? Hast du gerade gekotzt? Äh, ich glaube, sie ist hardcore besoffen. Du bist okay. Jetzt bist du wieder glücklich. Sehr schön. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, sie ist einfach hardcore besoffen jetzt. Ist cool. Kann sie sein. Finde ich in Ordnung. Äh, direkt an die Kinderkrippe wieder die Taverne, damit die Kinder direkt wissen, was sie werden müssen. Trinker. Scheiße, ich kann damit nicht mehr alles sehr erfassen. Ich müsste ein paar Häuser platt machen, damit wir... Oh, der Effekt ist aber schon hart, ne? Der ist schon hart geil. Ich würde hier bei so ziemlich allem die Zufriedenheit erhöhen. Wir müssen drei, vier Häuser draufgehen, at least. Ich glaube, das ist mir nicht wert. Ne, das ist mir nicht wert. Ich hoffe, aber auch Erz zu hören, glaube ich. Ne, nur Holz, okay. Sollen meine Leute trotzdem aufbauen, die müssen auch was tun. Gerade haben wir wieder sehr, sehr viel Nahrung. Ich würde gerne noch den Kornspeicher freischalten. Sägewerk, maybe auch. 30.000, das ist nicht so viel. Den nehmen wir noch. Denn damit dürften wir nie wieder Probleme haben, was Nahrung angeht. Oder zumindest nicht für eine ganze, ganze, ganze Weile. Bis wir die Hochhäuser haben, wo es dann richtig ekelhaft wird. So, gib mir hier den Kornspeicher. Diese Kornkammer erleichtert die Versorgung eures Volkes. Hier oben können wir auch eine Straße hinbauen. Ja. Oh, das ist manchmal so finicky, ne? Diese Straßen zu setzen. Ich meine, ich bin froh, dass es das Feature gibt, aber... Okay, errichte mal das Gebäude. Das ist eine gute Idee, Kreatur. Du bist super. Währenddessen sorge ich mal dafür, dass meine Leute nicht verhungern. Aber wenn wir damit den Output ums Doppelte erhöhen, wird es richtig gut. So, wie sieht es aus? Ich wundere, dass er das Ireenwunder immer noch nicht eingesetzt hat. Deswegen habe ich immer noch das Gefühl, das ist ein Bug. Das hat nämlich beim letzten Mal... Hat er das auch nicht getan? Normalerweise setzt er das echt gerne ein. Aber vielleicht sind wir auch einfach nicht nah genug. Vielleicht soll ich meine Armeen in die Richtung senden, damit er das macht. Ja, komm mal her. Dann nehmen ihr. Ganz egal, ob da Kinder dabei sind. Ihr müsst auch lernen, wie man erotisch tanzt. Bekehrter Gläubiger. Bekehrter Gläubiger. So. Wie lange haben wir? Na, 50 Leute. Das Ding werden wir bald... Oh, 60. Sehr gut. Deswegen werden wir bald ziemlich oft einsetzen können. Und es ist gleich das erste Mal einsatzbereit. Mal gucken, wie es dann ausschaut. Und ich würde es auf jeden Fall einmal gezeigt haben. Und die werden wir eh bald besiegt haben. I hope. Oh. Aber schaut es euch mal an. Böser Boden. Oh, oh, oh. Da ist aber einer nicht nett. Da ist einer ein ziemlicher Assi. Liegt vielleicht daran, dass deine Leute verhungern. Weil so viele Felder hast du nicht für die alle. Wie viele hast du? 470 Leute? Ja. Die sind im Constant Limbo. Wir haben das Land bald gewonnen. Und dann machen wir noch die zwei Quests. Wieder 37 Schafe fangen oder sowas. Und das durchs Labyrinth führen. Auf die Quests habe ich gar keinen Bock. Aber die müssen wir trotzdem machen. Und dann ist das Land hier auch abgeschlossen. Und dann kommen wir zu dem ultra-aggressiven Drecksack. Der sein Bruder ist. Und das wird richtig hart. Da waren wir das letzte Mal auch. Und da sind wir nicht weitergekommen. Beziehungsweise da hatte ich ja den Stream beendet. Letzte Mal im Sinne von mit der Mod. Mit der Mod, die ich immer noch gerne nutzen würde. Warum gehst du nicht zu New Messages? Baby, Sapsi. Nahrung zum Wunder ist eigentlich eine gute Idee. Dankeschön. Mythenwunder FDW. Sagt nicht, dass ihr es schon gefressen habt. Das kann echt passieren. Aber das ist so schnell wegfressen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich so einen ziemlich friedlichen Playthrough mache. Und nicht gleich... Ach nee, da hinten liegt es. Und mich einfach alle zermetzel. Trinkt leider eh nicht viel. Ah, 87 Nahrung haben sie einfach mal so gefressen. Wow. Nicht ohne. Ja, wenn sie Nahrung haben, bleiben sie auch hier und tanzen weiter. Das genau ist, was ich will. Und ihr seht gleich, wie das aussieht. Ihr seht ja schon. Das hat sich schon verändert mit den ganzen Feuern. Das Mana fließt. Aber wenn das Mana voll ist, dann werden wir das sehen. Dann wird es lustig. Dann werden wir all seine Armeen, die hier, die große Bagage hier, die werden wir uns alle einverleiben als Bewohner. Das wird schön. Leider hat er nicht größere Armeen. Darf ich fragen, warum du nicht mehr mit der Mod spielst? Weil die mir zu stressig war, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. Ob das jetzt die, äh, also wir hatten ja eben, ich hatte eben zwei genannt. Ich weiß nicht, welches war oder wie sie jetzt genau hieß, aber die war einfach, sie hätte ein paar mehr Inseln hinzugefügt, was ich mir super gern angeschaut hätte. Ähm, sehr schön. Er setzt den hier ab, den Brüter. Hier hast du Spaß. Hier gehörst du hin. Okay. Let's have sex. Ähm, was tust du da? Du spielst mit denen. Okay, und dann windelst du. Ähm, die hätten ein paar mehr Inseln gehabt, die hatten ein paar mehr Missionen gehabt. Wäre voll cool eigentlich. Aber bis hier hin zu kommen alleine war so dreckig stressig, weil sogar er hier, der eigentlich der friedliche der beiden Brüder ist, mir alle zwei Sekunden drei neue Katapulte gesendet hat, die meine Mauern absolut zerbixt haben. Fünf Armeen, die mich überrannt haben. Und es war einfach nur Stress. Jede Sekunde davon. Am Anfang war es ganz interessant bei den Wikingern, dass die auch ein bisschen aggressiver waren und sowas. Obwohl die eigentlich sowieso ziemlich aggressiv waren schon immer. Aber im Endeffekt hat es mich zu sehr gestressen, deswegen hatte ich keinen Bock mehr auf die. Deswegen wollte ich jetzt einfach das mal so durchspielen. Weil man relativ gechillt bis hier hinkommt. Hiernach wird es ein bisschen stressiger. Und die Arzteken sind sowieso Stress pur. Und als ich mir dann überlegt habe, dass wir das hier nochmal angehen. Und ich mir überlegt habe, wenn wir zu den Azteken kommen, wie es dann wohl aussieht. Dachte ich mir so, nee, spielen wir lieber normal durch. Ja, komm, es müsste im Moment fertig sein. Oh, es ist fertig. So. Ich habe es. Seht ihr mal den Umkreis? Der ist genialst. Und den müsste ich auch hier werfen können. Haha. All your armies belong to us. Yay. Dance, my pretties. Es müsste die Redux-Mod gewesen sein, ja. Box-Head, das kann sein. Oder Redux. Auf jeden Fall war die Mod eine supergeile Arbeit, aber die war einfach zu viel Stress. Da hätte man mehr Pausen einbauen sollen. Ist ja okay, dass sie aggressiv sind, aber nicht so. Siren. Siren. Schau in die Lichter. Das ist ja okay, das ist ja okay. Ja, wir sind Götter und wir nutzen Götzenbilder, ist doch nicht toll. Oh, der hat nicht mal alle übernommen? Wirklich? That is strange. Ich dachte, die übernimmt echt alle. Naja, wir haben jetzt einige Bewohner mehr. Du bist am Feedback sammeln, um das in die Mod einzubauen, aber die hat bei sobei auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich hatte nur eine Version gefunden. Ich hab die, glaube ich, über die Mod-TB geholt einfach oder sowas. I don't know. Ah, doch, hat alle geholt. Sehr gut. Und interessanterweise sind die Japaner jetzt zu Griechen geworden. That makes no sense in freaking hell. Aber die müssten uns jetzt beitreten. Das sind seine gesamten Armeen einfach mal gewesen. Mich wundert, dass er die selber nicht eingesetzt hat. Aber er hat wahrscheinlich noch nicht genug... Ja, er hat noch nicht genug zusammen. Er hat nicht genug zusammen. Der kleine Drecksack. Ha, ha, ha. Ein Glück. Wir waren schneller. Wir haben auch einen ziemlich harten Teil unserer Bevölkerung da reingepackt. Ich weiß nicht, warum ihr dorthin latscht, aber ist okay. Dann werdet ihr halt seine Leute. Ist mir auch wurscht. Früher oder später werde ich euch alle zerbichsen. Obwohl, könnte ich. Also, das ist ja die eine Challenge in diesem Land, dass man alles tötet. Alles. Tiere, Bäume, alles. Die will ich nicht unbedingt machen. Die finde ich doof. Ja, guck mal. Die sind schon super schnell wieder dabei. Wenn man hier 100 Leute stehen hat, dann geht das so fix. Oh, crap. Schon wieder Nahrung. Aber ja, wenn ich noch ein bisschen ausbaue, wenn wir unser Wohnprojekt noch hierhin um... äh, Dingsen umsetzen. Bis hier runter. Dann haben wir es geschafft. Dann ist die Welt fertig hier. Und dann können wir zu der gehen, wo der Typ direkt mit Katapulten ankommt. Der kleine Pensers. Der Typ ist echt so ein Schweinehund. Ja, sie wollen unbedingt mehr Häuser haben. Was blöd ist. Weil wenn ich mehr Häuser habe, dann... Heißt es auch mehr Kinder. Und mehr Kinder heißt mehr Essen. Und mehr Essen heißt ansterben. Aber ja, wenn du die Sachen in die Mod einbauen willst, hey, ich wäre dafür, wenn man in der Mod die Schwierigkeitsgrade auswählen könnte, würde ich die auf jeden Fall nochmal spielen. Die Challenge habe ich nie gemacht. Genauso wie Entholze das Land. Ja, die habe ich auch nie gemacht. Ich habe die so dumm gefunden bisher. So, warum? Warum sollte ich auf einmal die gesamte Insel kahl schlagen? Für nichts und wieder nichts. Es bringt mir nichts, außer die drei Tropfen Tribut. Und quite frankly, ich kann bei anderen Sachen weit mehr auf schnellere Art und Weise bekommen. Zumal man da eh noch nicht den Feuerball oder so einen schönen Zauber hat. Es gibt auch keinen Zauber, der dafür wirklich gut wäre. Den Feuerball kann man immer in ganze Wälder anzünden und sowas. Hat da ein bisschen weniger Arbeit. Aber was machen wir mit den Bäumen? Schmeißen wir die ins Meer? Ich fand die immer ziemlich schlecht, diese Challenge. Aber mich hätten halt in der Mod, in der Redux-Mod... Äh, bist du zufällig... Ähm... Äh... Boxhead, bist du zufällig der Macher der Mod? Oder möchtest du die nur anpassen? Also nur in Anführungszeichen. Das ist schon nice genug, aber... Ähm... Mich hätte halt interessiert, was da für neue Quests sein sollten. Also diese kleinen Aufgaben, die man hier macht. Für alle, die das Spiel nicht so kennen. Da sollten auch mehr Aufgaben sein und sowas. Mehr... Ein paar mehr Inseln. Ich hätte so gern Battle of the Gods, einfach damit man mal gegen den anderen Gott antritt. In diesem Spiel. Im letzten, in Black and White 1, fand ich das immer voll cool. Und dann kam auch gern mal, äh, ne Welle Feuerbälle geflogen von dem, weil er angepisst war über einen. Weil man ein paar Dörfer von ihm, äh, übernommen hat. Fand ich voll lustig. Devastating. Vor allem, wenn man die Schnellgüter auf den Schildzauber rausgepackt hat. Aber... Das war trotzdem lustig. Wenn Battle of the Gods nicht so dreckig teuer wäre, ne? Würde ich mir sogar echt noch kaufen. Und wenn's nur ist, ums einmal zu spielen. Aber ist mir keine 100 Euro wert. Guck mal, wie wunderschön unsere Stadt aussieht, ne? Hier, selbst, selbst unser, unser Raffineriegebäude im Endeffekt. Ist einfach mal unglaublich schön. Ich mag den Stil, ähm, wenn man gut ist. Diesen, mit den Fontänen und den, äh, den Girlanden überall. Dem Efoil und so. Das sieht voll cool aus. Weit besser als, ähm, was die hier am Laufen haben, wenn man sich den Boden betrachtet. Das sieht auch noch voll hässlich aus, die Textur. Die hätten's auch ein bisschen hübscher machen können. Und ich denke, wenn man das hier neu machen würde, das Spiel, und wirklich einiges investiert auch. Ja, 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 ja. Ähm, gut, so wieder trinken? Oh, meine Kreatur besäuft sich wohl gerne jetzt. Äh, aber hätte man das, würde man das jetzt machen, dieses Spiel? In heutigen Möglichkeiten, Grafiken, etc. Das wär genial. Alte Menschen arbeiten nicht bei euren Platz. Ja, 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 ja. Platz für neue Familien. Und wir haben kaum alte Leute. Haben wir ein paar Tote? Das beklagen. Nur die eine, die von der Kreatur zermatscht wurde. Die leben wohl noch ein paar Jahre. Das Dumme ist, sobald die Bevölkerung einmal anfängt zu sterben, hört das Sterben nicht mehr auf. Was auch klar ist, weil die sind ja alle, also die ersten Siedler, die man mitbringt, sind ja alle zum gleichen, also gleich alt in dem Sinn. Mehr oder weniger. Also die sterben dann erstmal alle weg. Und dann sterben immer wieder generationsweise die Leute. Und dann hat man richtig viel Tote. Richtig viel. Also dann füllt man sowas hier ganz schnell mal. So ein Friedhof. Guck mal, selbst der Friedhof sieht wunderschön aus. Auch des Todes und des Leids sind trotzdem wunderhübsch. Bekehrter Bauer. Man merkt aber schon, dass wir einiges an Durchsatz haben, denn so viele Leute ohne Job, also ohne von mir zugewiesenem Job. Bekehrter Bauer. Das Schöne ist halt, dass ich die Leute gar nicht zuweisen muss als Bauern. Bekehrter Bauer. Die machen, was immer sie müssen. Automatisch. Bekehrter Bauer. Aber es hilft, wenn man sie als Bauer ausweist, dann fangen sie auch nicht an, irgendwie Holz durch die Gegend zu schleppen oder sowas. Das Nahrungsbedürfnis ist recht hoch, aber das Produktionsniveau ist 154% höher. Also jedes Korn, das wir einnehmen, wird praktisch mit 1,5 multipliziert, wenn ich das richtig verstehe. Ich bin mir aber nicht sicher. Es kann auch sein, dass das Korn genommen wird und dann mal 1,5. I don't know. Ich weiß nicht, wie die Mechanik dahinter gemacht ist. Hat es wahrscheinlich eine ältere Version gespielt. In der aktuellen ist Auswahl der Schwierigkeitsgrade das Ingame nicht zu übersehen. Oh ja, dann... Ja, es ist auch schon ein Jahr her, ne? Also, glaube ich. Es müsste ein Jahr her sein. Wir haben die Stunde voll, aber ich will wenigstens noch, dass das Land abgeschlossen ist, denn die beiden Quests machen wir dann offscreen schnell und dann starten wir im nächsten Part direkt mit dem neuen Land. Ich müsste ein bisschen ausbauen dafür, ne? Oh, die haben selber ausgebaut. Ich benötige jetzt mehr Eindruck. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich richtig mies. Brauchen wir einen neuen Tempel, brauchen wir mehr Häuser. Brauchen wir ein paar Märkte wahrscheinlich wieder. Ja, aber ihr seid angepisst, wenn ich hier einen Markt hinsetze. Das ist nicht so cool. Wenn ich ihn zum Tempel setze allerdings, dann wird der Tempel auch pieselig. Aber hier einen neuen Markt wäre eigentlich echt gut. Ein Markt jeder Sorte. Dann packen wir da eine Straße hin, um das zu verbinden. Ich hoffe mal, dass das so ein bisschen funktioniert, wie bei... Dann machen wir hier eine Straße noch durch. Dass das funktioniert, wie bei... Ähm... City Skylines oder so in der Richtung, dass die Straßen praktisch die Verbindungen sind dazu, dass sie dann halt die Reichweite darüber kriegen. Was ich auch annehme, wenn ich nämlich sowas wie die Krippe oder so setze, dann sieht man schon, dass die Straßen einen gewissen Einfluss haben dahinter. Wie weit sich das verbreiten kann, dieser Effekt. dass es nicht einfach nur ein Kreis ist. Weil dann würde das nicht unbedingt so aussehen hier. Ja, es hat schon seine Kreisform. Es hat schon seine Kreisform. Ja, maybe. Vielleicht ist es einfach nur ein Kreis. Vielleicht ist es simpel. Simpel gehalten. Ja, ihr braucht mehr Häuser. Wie wäre es, wenn ihr dann bauen würdet? Ihr habt doch Baumeister ohne Ende. Kannst du mir nicht erzählen, dass ihr keine Baumeister habt? Hier, pass auf. Bekehrter Baumeister. Da, sechs Millionen Baumeister. Have fun. Oh, du bist wirklich der Entwickler der Mod. Dann kudos. Also, die Mod ist cool gewesen. Die hat mir gefallen. Sie war halt nur meines Erachtens nach ein bisschen Stress. Ein bisschen viel Stress. Vielleicht habe ich wirklich eine alte Version erwischt. Kann sein. Ja. Müsste ich nochmal nachgucken. Wenn du eine neue Version draußen hast, kannst du mir gerne schreiben. Oder schick mir auf Discord den Link zur neuesten Version. Vielleicht schauen wir uns ja auch nochmal an. Hier sind wir ja eh bald durch. Gibt gar nicht mehr so viele Inseln. Ich glaube noch zwei. Zwei oder drei? Ich weiß es nicht. Ich weiß es schon nicht mehr. Ist zu lang her. Ach so, deswegen. Fürs Feedback. Okay. Ja, ist cool. Ist auf jeden Fall eine gute Methode, um Feedback zu bekommen. Das stimmt. Vorausgesetzt natürlich, derjenige kennt die Mod. Das ist ja auch nicht immer der Fall, oder? Aber finde ich cool. Finde ich cool. Eigentlich auch eine schöne Idee, dass man an dem Spiel noch ein bisschen was macht, weil es war kein... Es war und ist kein schlechtes Spiel. Zu keinem Zeitpunkt. Ich fand es immer ein echt gutes. Wenn es nicht so Crap aussehen würde. Ich muss unbedingt nochmal Populous 3 spielen. Das war für mich immer der Inbegriff von God Games, weil das das, glaube ich, das erste God Game war, das ich gespielt habe. Ich glaube, es war das erste. Das war noch zu 19... Äh, zu... 19... 1995, ja. Windows 95 Zeiten. Das konnte ungefähr auch hinkommen, aber nicht ganz. 1998, 1997, irgendwie sowas. Muss ich es gespielt haben, das erste Mal, Populous. Da war es schon alt, meine ich. Bullfrog? Bullfrog ist auch schon ewig tot. Und es ist wirklich schade, dass Lionhead nicht... nicht noch existiert. Aber ich meine, wer mit EA sich einlässt, ne, der ist schon verloren. Okay. Die wollen immer noch unglaublich viele Häuser haben. Das ist so der Hauptdemand, habe ich so das Gefühl. Nur Häuser, Hauptsache Häuser. So, ein bisschen mehr Eindruck. Die Frage ist, kann ich noch irgendwas machen, damit wir richtig, richtig viel Prestige bekommen? Äh, beziehungsweise... Oh, das war gut. Damit wir richtig viel, richtig viel Eindruck bekommen und schnell die Gegner übernehmen können. Weil die waren eben schon um einiges näher. Jetzt sind wir bei 11.000. Weil es gibt halt gewisse Gebäude, die sehr viel Eindruck bringen, wie zum Beispiel ein Tempel. Ich kann hier natürlich auch noch ein Tempel hinsetzen. Dann freuen sich die Leute hier auch um einiges mehr. Ja, und auch das Monument, also die am Monument freuen sich oder beziehungsweise um so ein Mythenwunder, was auch eine gute Sache ist. Aber, ähm... Einfach nur Tempel spammen will ich halt auch nicht, weil das ist langweilig. Da hättet ihr auch keinen Bock drauf, glaube ich. Um das Land abzuschließen, kann man es mal machen, aber... Ich will auf jeden Fall die zwei Aufgaben nochmal offscreen machen. A, weil ich ein Tribut haben will und B, äh... offscreen, weil ich... weil ich damit nicht nerven will. Auf YouTube. Ein Stream ist halt blöd, weil... anders geht es halt nicht. Und ich hatte offscreen beim letzten Mal einfach keinen Bock mehr. Ich habe es direkt nach dem letzten Stream am Samstag noch nachgespielt. Und da hatte ich dann einfach keine Kraft mehr. Also nach dem letzten Black and White Stream, nicht nach dem letzten... Also letzte Woche mit Just Cause, weil... Äh... Da war ich dann ziemlich im Fieberwahn. Momentan können wir ein Lagerhaus vollhalten und das andere... Ähm... als Puffer nutzen. Also wir machen schon definitiv mehr Nahrung. Das liegt vielleicht auch an der... an der Mühle. Gut, du bist... Hast du gerade Erz gefressen, du blödes Vieh? Ich dachte, das hätte ich dir aus... Nein, das... Das ist okay. Du darfst beim Bau der Gebäude helfen. Ich wollte dich nicht schlagen. Aber das mit dem Erz habe ich ihm ausgetrieben. Der hat nämlich wirklich einen Erzfelsen gefressen, der kleine Penner. Aber zum Glück in der... Äh... Und ja, ich mag die... Ich mag meine Kreaturen natürlich. Ist eigentlich kein Penner, aber... Das war wirklich schweinisch. Und zum Glück war das in einer... in einer Mission, wo wir unendlich Erz hatten, dass das nicht ganz das Problem war. Wenn das in einer Mission ist, wo wir gar kein Erz haben, so wie hier, ist das der Tod. Wenn der einen Erzfelsen frisst, könnte das auch die Möglichkeit, ähm... zerstören, dass wir wirklich noch was tun können. Oh, ich will den Erzfelsen da haben. Ach, komm schon. Nimm es in irgendeinen. Gib mir einen. Let me take it. Let me take it. Let me take it. Yes. Yes, 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 yes. Okay. Ein bisschen mehr Erz. Wir haben die Erzveredelung leider noch nicht. Dies ist auch immer sehr wert, meine ich. Das wäre aber eigentlich die Frage, Boxer. Du kennst den Code. Kannst du mir erklären, wie die Veredelungen genau funktionieren? Erhöhe dir den Output der jeweiligen... Oh, ups, oder? Der jeweiligen Ressourcen... Ähm... Generierung? Also, wenn jetzt irgendeine in der Mine arbeitet, Bäm, Produktionsniveau erhöht und damit auch den Output erhöht. Auf dem Feld oder sowas. Solange das Ding arbeitet, wird der Output vom Feld erhöht. Oder muss das Zeug aus dem Lagerhaus dahin und dann wird es erst erhöht. Wie funktioniert das code-technisch? Weil da habe ich nichts drüber finden können bisher. Habe mir den Code noch nicht selber angeguckt, weil, I don't know. Hatte ich jetzt nicht die Intention zu... da gibt es Leute, die weitkundiger sind als ich. Und denen habe ich das so ein bisschen überlassen. Ich fand es auch nie so wichtig. Es hat mich im Spielen jetzt nicht so zurückgesetzt, dass es irgendwie es unspielbar gemacht hätte oder so. Und dann dachte ich mir, ja, komm. Wird schon passen. hat sich irgendjemand von euch auch schon mal Foundation angeguckt? Meine Freundin hat das ist ja geholt und ich habe es mal ausprobiert. Es war eigentlich ganz cool. Es ist nur leider noch relativ wenig los. Und es ist noch ein bisschen... Also die ganze UI müssen wir komplett überarbeiten. Die ist absoluter Quark. Das ist besser als Babys First UI, aber es ist nicht viel besser. Er labert auch nur das Gleiche, ne? Ich will jetzt endlich gewinnen. Verdammt. Hier gibt es noch ein bisschen Zeug, weißt du was? Wir haben so viele Bäume auf einmal. Also wenn ihr das noch in Erinnerung habt vom letzten Mal. Hier waren drei, vier Bäume. Das war's. Und der Rest der Bäume hier, den habe ich alles so gepflanzt. Bis auf die hier oben. Die Tannenbäume. Bei Erz ist das, meine ich so, dass das Erz von Dorfwohnern zur Schmelze gebracht wird und wieder mehr rauskommt. Ah, okay. Also es ist wirklich so eine Art Veredelung des Metalls. Alles klar. Gut, beim Korn wäre es dann wahrscheinlich so gedacht, dass das Korn gemahlen wird und dadurch halt mehr rauskommt, weil einzelne Körner sind von der Masse her weniger als Mehl. Aber da die das Zeug pur futtern, ich würde mir eine Bäckerei wünschen. Ob man auch so ein bisschen veredeln kann, aber in einer anderen Form. Wo weniger Masse rauskommt, aber mehr Qualität und dadurch es halt besser wird und mehr Essbarkeit. Schaut mal, sogar die Bäume wachsen hier nur am Rand und nicht hier oben drauf. Die können sich nicht dahin ausbreiten. Oh, ja, Game. Danke. Erz brauchen wir noch. Ich muss die Tempel fertigstellen. Wir müssen wirklich jetzt ein paar Tempel spammen, habe ich das Gefühl. Ich habe nicht viel Erz dafür. deswegen lege ich das jetzt auch nur hier hin. Das müsst ihr bauen, Freunde. Komm mal her. Baumeister. Bau. Oh, ja, er spielt wieder mit den Menschen. Nein, spiel mit denen. Wir müssen ihm seinen Ball auch mal holen. Oder sein Teddy, den Ball nicht. Der Ball macht ihn neutral. Ich will den Teddy haben. Ich will das mit dem Teddy spielen. Das Dumme ist, er kann den Teddy, glaube ich, auch verlieren. Das ist voll doof. Er höre den Eindruck um 30.000. Sehr cool. Oh, ja, ja. Hier spielt er mit denen. Yay. Alle tanzen mit ihm. Sind ein paar wenige. Ich habe ihn schon mal tanzen sehen mit so einer riesigen Meute, die dann um ihn herum getanzt ist. Ist doch voll cool. Also nicht die Kreatur. Ich hatte früher einen Tiger. Äh, ein Löwen war es hier. Tiger war im Ersten. Ich würde gerne Musik spielen, ne? Für ihn. Weil er gibt sich so eine Mühe, hier voll einen Offsaturday Night Fever zu machen und nix spielt. Dann Musik. Ist voll traurig. So viel Mühe, so wenig Belohnung. Aber die Leute werden glücklicher und das ist immer gut. Was wollt ihr haben? Erz. Ja, das ist halt ein Problem für uns. Häuser passt. Wir haben 700 Leute. God damn. Das müssen einige gewesen sein, die hier, äh, eingewandert sind. Die sind wahrscheinlich sogar hier über den Berg gekommen. Ah, da kommt auch Erz. Nur bist du ein alter Knacker, leider. Oh, sie kommen immer noch über den Berg, wie es aussieht. Oh mein Gott, die müssen ja ewig, ja, die müssen ewig am Laufen sein schon. Schaut euch das an. So viele Leute haben über die Sirenenwunder bekehrt. Ist ganz schön weit weg. Wie lange es noch viel ist? Okay. Hier tanzen welche schon ihr ganzes Leben lang, wie man sieht. Wie viele alte haben wir? Ja, jetzt haben wir wirklich das Problem der Masse an alten Leuten, die uns nichts mehr bringen, weil sie sind alt. Das ist schon traurig. Ich könnte jetzt was über die Großmutterhypothese und Großvaterhypothese erzählen. Aber das lasse ich besser, vor allem, weil der Großvater kommt immer schlecht weg. Der verringert die, oder der erhöht die Sterblichkeit der Kinder, was ziemlich fies ist eigentlich. Uh, jetzt Party time. Oh yeah. Mehr Kinder. Ach nee, es sind keine Brüter. 19 Gäste. So, aber doch ganz gut besucht. Wollte ich nicht. Ah, hier ist noch so eine. Haben wir hier auch ein paar? Jawoll. Schaut es an. 14 Gäste. Wunderbar. Also eine ist auf jeden Fall voll. Das ist gut. Das Altersheim ist voll, was nicht so gut ist. Auch nur einen Toten. Aber wir haben 700 Leute mittlerweile. Das ist ganz schön heftig. Ganz schöne Belastung an Essen, an Nahrung, die wir ranschaffen müssen. Vielleicht sollten wir doch schnell ein Dorf erobern. Einfach um noch mehr Produktion zu haben und ein bisschen Ausweichgrößen. Warum scrollt der Chat nicht richtig mit? Nein, es sind keine Brüter. Das sind Säufer. Ja, aber das ist teils, teils. Es ist jetzt nicht so, als würde das das ausschließen. Kann ich irgendwie Scrolling aktivieren bei dem Ding hier? Sorry, geht gleich weiter, Leute. Oh, ich habe es immer noch am Laufen. Egal. Da wir schon mal gesehen haben, wie das hier endet, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber egal, ich werde hier trotzdem einen Cut machen und ich hole euch wieder rein, nachdem wir die Missionen da gemacht haben und wir ganz kurz vor dem Sieg stehen, weil es ist jetzt eigentlich nur mehr das Gleiche. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Wir haben keinen Zwist.